Ich denke, ich denke, wir sind sicher. Ja, ja, wir sind gut. Hey, du bist okay? Lass uns zur Abwechslung mal tragen, kann ja auch nicht schlecht sein. Ja, ja, passt schon. Ja, 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 wir haben noch eine Weasel. Meine Freundin und ich wurden verabschiedet. Hmm. Diese Leute haben sie gesagt, was sie nachher waren? Sie vielleicht haben nur ein Essen. Wir haben eine Art Weasel gemacht. Sie haben dich verabschiedet? Damn, das ist ein Lowe. Sie haben keine Namen, oder? Sie haben nicht nach jemanden? Hmm. Hmm. Well, ich bin Luke. Und das ist Pete. Hey, da. Hi. Ich bin Clementine. Und es ist schön, dass du dich kennenzulernen, Clementine. Aber für heute, wir werden dich zurück in unsere Gruppe. Okay, wir haben einen Doktor mit uns, und du sahst, dass du ein bisschen... Oh, Scheiße! Oh, was ist das? Was ist das? Was ist das? Sie ist... Sie ist tot, Mann. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Was werden wir hier tun? Nein, es war ein Hund. Ich habe keinen Hund, Clementine. Komm, Kind. Wir haben dich gerade gesehen, mit den Lurkern. Ich kann nicht erinnern, die letzte Mal gesehen, ein Hund. So, was machen wir jetzt? Nein, nein, nur schauen Sie ihn. Bitte. Ja, und du siehst deinen Teufel in Pete? Nein, nein, nein. Meine Neue? Warum bin ich derjenige? Ich weiß nicht, ein Hund von ein Moskito, von ein Lurker, Mann. Es ist nicht. Hm. All right. Wir schauen uns. Whoa, whoa, whoa. Hey, watch yourself. Hey, don't look at me like that. You're the one that's been here, okay? See? Is it, uh, is it like she says? Uh, well. Well, it could be a dog. Hard to say. So, where'd this dog go? The one that did this? What, what does that matter, Pete? Seriously? I want to know, how believable her story is. I, I killed it. What? Really? A dog shows up and bites you and you just kill it? What would you have done? I don't know. It attacked me. Still, you don't, you don't kill dogs. Hmm. I can't see if I'm going to hit you. I don't know. Clementine? Yes. You telling us the truth? Yeah. Yeah. You look me in the eyes when I answer. Yes. All right, Clementine. That's good enough for me. Well, what else was she going to say? I've got a good bullshit, Detector Luke. That's why you can never beat me at poker. You don't always beat me at... All right, how can you be sure? Well, I'm sure I ain't willing to leave a little girl in the woods to die when we got a doctor with us that can make a call. We can have Carlos take a look at it first. Nick ain't gonna like this. Not with what happened to... You don't have to remind me of that, boy. Boy. Sorry, sir. Come on. Er ist halt echt eine miese Situation, ne? Mit diesem Biss und erschöpft und muss auch desinfiziert werden. Oh, und tschüss. Okay. Nicht gut, dass eine Waffe uns gerichtet wird. Also indirekt. Arztbergut. I need a dog. Oh, Alter. Trigger-happy, huh? Oh. You're the one telling me to fucking shoot her. Everybody just calm down for a second. Clementine, you okay? I just need a doctor. And then, and then I'll go. I don't want my arm to get infected. None of us want to get infected. That's the point. We got a doctor right here. Okay, he'll have a look. Know what the hell is wrong with you people? Okay, she's just scared. We're all scared, Luke. Don't act like we're the ones being irrational because we don't buy this bullshit story. No way she survived out here on her own. Why are we even arguing about this? Let me take a look. Kommt ein wichtiger Mann, der sich das jetzt anschaut hier, oder was? Oder war Carlos nicht Arzt? It's okay. Go ahead, he's a doctor. Ja. Okay. Ich erinnere mich dunkel an ein paar Sachen. Ich glaube, der hieß Carlos. Warum weiß ich sowas? Das hieß ja schon eine Länge von dem Biss. Das kann nur ein Mensch gewesen sein. Das kann nur ein bisschen was. Hmm. Whatever it was, it got you good. This isn't how we do things, man. When you're bit, you get put down. End of story. I'm not going through this again. No one's suggesting that. We could take her arm off. Uh, what? That's all it was. We'll know soon enough, young lady. Hat der nicht neidgeschworen? Musst der nicht helfen? Oder ist das jetzt alles hinfällig? Sarah? Was ich sage? Stay inside. Lass mich gehen. Hilf mir und ich gehe. Es wird noch schlimmer werden. Ich muss keine Probleme sein. Ich will nur die Blutung stoppen. Und dann gehen wir. Du wirst mich nie wieder sehen. Ich versuche. Und wo genau gehen würdest du? In die Wildnis. Ein Freund ist da draußen. Ich kann auf mich aufpassen. Ja. Ich kann mich auf mich aufpassen. Klar. Ich verstehe, du bist Angst. Ich fühle mich schrecklich, die Verhandlung zu verabschieden. Aber wir müssen sicher sein. Also, was denkst du? Was ist ein Lurker? Ich würde ja warten, bis der Arm abfällt. Es braucht, um sich zu verabschieden und verabschieden und verabschieden. Die Frau ist in schlechtem Form, Carlos. Und wir haben all das alles in der Kabinie. Wir können wahrscheinlich mit dir gehen. Alvin, bitte. Aber ja, wir können nichts tun. Ich habe keine Verbraucher-Büste. Wenn es sich nicht verabschieden, du sagst die Wahrheit. Ich versuche es dir. Ich versuche es dir in der Morgen. Aber... Erwin sollte sich mal ein Rückgrat besorgen. Ich bin sorry. Das ist das Beste, was wir kriegen. Fingere auf den Trigger, Son. Ich bin dein Sohn. Du bist nicht so, Mann. Es ist okay. Ich habe immer seine Mutter. Komm schon. Das ist nur ein Beste von Zeit. Du siehst du sie. Und wenn sie sich umgekehrt, ich werde nicht diejenige, die das Land schiebt. Blöd gelaufen. Mein Arm tut wirklich weh, was, wenn ich mich hier gehen lässt. Es war ein Hund wirklich. Ja, es war halt ein Hund. Geh nachgucken. Es war ein Hund. Du siehst. Ich glaube, wir werden es in der Morgen finden. Wenn ich so lange dauere, vielleicht könntest du ihn suchen? Ich wünsche, ich könnte. Ich mache es wirklich, aber es ist zu riskierig. Sorry. Ja, durch den Wald laufen und spontan Clementine finden, ist viel sicherer, als nochmal gucken, ob da ein Hund liegt. Und eine Infektion zu verhindern. Ei, ei, ei. Klingt logisch. Klingt sehr logisch. Ah ja, doch. Macht Sinn. Der sieht so aus, wenn er so rumwackelt, als würde er am liebsten hier die Knarre ins Gesicht halten abdrücken. Der sieht so ein bisschen nervös aus, der Typ mit der Cabby. Ja, das kommt mir so ein bisschen herzhaft vor. Okay, jetzt sind wir in einer Scheune eingesperrt und können jetzt auch wieder die Steuerung übernehmen. Gucken wir uns doch mal um. Eine Schwimmbest oder halt ein Rettungsring. Dann haben wir hier einen Anker. Okay, ein Fass. Tisch ausklappen. Und da oben haben wir noch irgendwas. Ein Hammer. Lass ihn dir nicht auf dem Kopf fallen, Clementine. Ja, das war nix. Gut, damit weiß er nichts anzufangen. Mit dem Anker wahrscheinlich auch nicht. Boah, Clementine. Wenigstens irgendwas. Was ist mit der Angelkiste hier? Da haben wir's drin. Ist so ne Angelsehne oder wie? Aber hier, äh, ein Brett. Geht nicht. Können wir da irgendein Werkzeug benutzen? Das hier zum Beispiel? Gut, also irgendwie so ein bisschen schwächelt so rum. Ich weiß gar nicht warum. Und hier haben wir einen Schraubstock. Clark. So, was haben wir jetzt hier noch? Können wir uns das Fass angucken. Okay, im Fass ist nix drin. Dann könnten wir jetzt noch mal schauen, ob wir hier den Tisch ausklappen können. Was können wir? Ah, wenn wir den ausklappen können, können wir da vielleicht draufsteigen? draufschreiben, hä? So. Da ist ein Hammer und irgendein Gefäß. Ach komm, klär mir jetzt, mach keinen. Alles, was schief gehen kann, geht schief, hab ich das Gefühl. Aber jetzt kannst du wenigstens den Hammer aufheben. und wenn du den Hammer aufheben kannst, kannst du auch das Brett da am am Schuppen lösen, oder? Damit du da rauskommst. So, mit Q das kannst du bestätigen und mit E abziehen, okay. Könnten wir jetzt durch gehen. Okay, also wir haben jetzt hier nichts mehr, was wir finden können. Deswegen, glaube ich, müssen wir jetzt rausgehen und schauen, ob wir vielleicht noch irgendwas haben, um uns verarzten zu können oder um einfach hier wegzukommen. Wäre natürlich blöd, wenn jetzt draußen Zombies warten. Ich weiß nicht, warum ich das gerade erwähnt habe, aber es ist mir gerade so eingefallen. Und es regnet. Finde einen Weg in die Hütte und hole eine Nadel, Peroxid und ein paar Verbände. Peroxid, ist das ein Desinfektionsmittel? Kann das sein? Vorhaben? Ja, kann man nicht sehen. Und das Fenster ist zu. Und sie muss auf jeden Fall leise sein, weil Zombies in der Nähe sind. Achso, ist der Arm. Ich dachte schon, er hat sich den Nagel abgebrochen. Komm mal da rein. Schön durch den Haupteingang. Wäre auch echt zu einfach gewesen, oder? Gut, dann gehen wir nochmal eine Runde rum. Das wird wahrscheinlich auch nicht möglich sein, weil es zu hoch ist. Ja, kommst du nicht ran. Ich glaube, beim Fenster links wird es noch nicht unbedingt besser sein. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich irgendwie über den Vordereingang. Oder wir müssen das Brett hier zur Seite. Wir haben ja einen Hammer und wir haben auch etwas zum Entfernen. Aber ich gehe mal ganz kurz dran vorbei und schaue mal, ob ich oben irgendwas machen kann. Oh, die unterhalten sich da. Das sieht bloß nicht erwischen, Clementine. So, ich gucke mal, ob ich hier was machen kann. Was auch wieder zu, wahrscheinlich. Okay, mit dem, mit dem Arm, besser wird es jetzt irgendwie gerade nicht. Anklopfen? Ja, ganz sicherlich nicht. Mann, die sind ja in einer richtig glücklichen Beziehung. Ich werde dir, wenn ich jetzt anklopfe, würde mich einfach wegschicken. Was zur Hölle machst du? Hm, ich tue niemals was. Ich werde niemanden schützen. Ja, aber du wirst mich in Probleme. Bitte, ich brauche meine Arme fixieren. Sind Sie aus Ihrer Meinung? Selbst wenn Sie nicht bei einem Lurker, welches Sie wahrscheinlich sind, Sie können nicht hier sein. Du musst rauskommen. Hier, du verstehst? Tut mir leid, niemand will mir helfen. Ich kann spüren, dass du nett bist. Ich will dich in Schwierigkeiten bringen, ja. Ich könnte wirklich deine Hilfe gebrauchen. Niemand sonst will mir helfen. Es tut mir leid, dass ich dich belästigt habe. Mein Gott. Ei, 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 ei. Gut. Evan, wie gesagt, bestell dir mal einen Rückgrat. Wäre irgendwie ganz cool. Ich finde einen Weg, das ist immer das Gleiche. Aber Eingangstür ist schon ein bisschen gewagt, oder? Und wenn sie schlau sind, dann sperren sie ab. Weil es gibt ja nicht nur Zombies da draußen, es könnten ja auch irgendwelche Banditen unterwegs sein, oder sonstige Vollidioten. Deswegen sollte man vielleicht doch abschließen, auch bei einer Zombie-Apokalypse. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.